GFI LarnGuard unterstützt Sie mit Sicherheitsscans und Patchmanagement im gesamten Netzwerk und steht Ihnen als führender virtueller Sicherheitsberater jederzeit zur Seite. Sie erhalten einen vollständigen Überblick über Ihre aktuelle Netzwerkkonfiguration und können Risikoanalysen durchführen sowie mit nur geringem Aufwand für IT-Compliance sorgen. Wie funktioniert GFI LarnGuard? Scannen Sie zunächst Ihr gesamtes Netzwerk, um alle verbundenen Geräte, Mobilgeräte eingeschlossen, zu erfassen und nach Sicherheitsproblemen zu suchen. Die Verwaltung erkannter Geräte erfolgt anschließend per Fernzugriff, ob mit oder ohne Unterstützung durch lokal installierte Agenten. Ein Remote Scan ohne Einsatz von Agenten ist in wenigen Schritten erledigt. Zu scannende Computer angeben, gewünschtes Scan-Profil mit festgelegten Suchvorgaben auswählen, erforderliche Anmeldeinformationen bereitstellen, Scan starten. GFI LarnGuard spürt Server, Workstations, Laptops und andere mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets per Fernzugriff auf. Auch virtuelle Maschinen, Router, Switches und Netzwerkdrucker werden erkannt. Analyse von Scannergebnissen per Dashboard. Im linken Bereich des Dashboards sehen Sie alle identifizierten Netzwerkkomputer sowie Smartphones und Tablets, die mit Ihren Exchange-Servern verbunden sind. Rechts wird der Sicherheitsstatus Ihres Netzwerks übersichtlich angezeigt. Für alle sicherheitsrelevanten Bereiche sind weitergehende Analysen möglich, um Details zu bestimmten Problemen zu erhalten. Lassen Sie zudem sämtliche Schwachstellen eines Geräts hervorheben. Informieren Sie sich nun, welche Patches fehlen. Es werden alle zu installierenden Patches angezeigt, ob für Microsoft-Lösungen, Mac-Betriebssysteme, gängige Linux-Distributionen oder beliebte Applikationen, unter anderem Webbrowser, Adobe-Produkte und Java. Außerdem erhalten Sie Informationen zu offenen Ports und welcher Prozess an Ihnen lauscht, installierter Software, Status wichtiger Schutzlösungen wie Virenscanner, Spywarefilter und Firewalls, Hardware-Informationen einzelner Geräte, Systeminformationen wie aktive Dienste, Freigaben, Benutzer, Gruppen und viele mehr. Zur Behebung von Problemen sind Gegenmaßnahmen wie die Installation von sicherheitsrelevanten und funktionserweiternden Patches oder auch deren Deinstallation möglich. Lassen Sie eigene Software und Skripte bereitstellen und unerwünschte Anwendungen deinstallieren. Per Dashboard können Sie Sicherheitsprobleme genauer untersuchen und individuell beheben. Dieser Computer hier weist Sicherheitslücken auf, die genauer untersucht werden müssen. Fehlende Patches. Lassen Sie uns einen davon installieren. Unter Gegenmaßnahmen ist der Patch bereits hervorgehoben und steht zur Installation bereit. Den Installationsfortschritt sehen Sie hier. Über die Berichterstellung können flexibel entweder vorgegebene oder benutzerdefinierte Berichte erstellt werden. Beispielsweise ein kompakter Überblick über die Netzwerksicherheit, umfassende Auditberichte mit technischen Informationen oder auch auf bestimmte Compliance-Vorgaben zugeschnittene Reports, zum Beispiel zum PCI-DSS, HIPAA, PSN, COCO und viele mehr. Alle Berichte lassen sich in verschiedene Dateiformate exportieren und können nach Zeitplan erstellt sowie automatisch per E-Mail verschickt werden. Identifizieren, analysieren und beheben Sie Sicherheitsprobleme mit Ihrem eigenen virtuellen Sicherheitsberater GFI Langard. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017